Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Kirby's Epic Yarn. Wir haben einen neuen Bewohner, den Bize-Peter und der möchte mit mir Bize-Peters Training spielen im Zuckerpark. Besiege zehn Gegner in einer Minute 20-6. Na gut. Hoffentlich kriege ich es gebacken, denn ja, dieses Spiel, ich weiß nicht. Ich nehme es schon ultra lange auf, ich glaube seit Oktober und immer wurde meine Aufnahme unterbrochen. Weil halt einfach irgendwann ein neues Game rauskam und mich das halt einfach eher interessiert hat. Und ich dann die Aufnahme von Kirby gestoppt habe. Moment, habe ich das gerade umsonst abgezogen? Na toll. Also es ist jetzt wieder einige Zeit vergangen seit meinem letzten Part und ich bin mir nicht sicher, ob ich das Spiel noch so gut kann. Ich meine, gut, ok, es ist jetzt nicht das schwierigste Spiel auf Erden. Ok, gut, das sehe ich ein, aber, ne? So die Grundprinzipien muss ich auch erstmal wieder abchecken. Aber, sollte hinhauen. Das Problem ist jetzt nur, ich habe einen Gegner übersehen. Weiß ich nicht, wie das möglich ist, aber es ist so. Oh, ja gut, ich kann mir schon vorstellen, wo er ist. Da unten wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Ok, ich habe es hingekriegt. Kriege ich jetzt einen Bussi? Dankeschön. Ich weiß auch gar nicht mal wirklich, wo wir stehen geblieben sind. In irgendeiner Weltraumwelt, ne? Ach, ja. Es hat sich so vieles geändert. Jetzt habe ich ja auch einen neuen PC. Also sollte einiges für mich einfacher werden, weil manchmal waren die Parts so ein bisschen asynchron mit dem alten PC. Jetzt nicht unbedingt bei Kirby, aber bei anderen. Ja, egal. Juckt ja kein Schwein mehr heutzutage, ey. Na schön. 20 in 1,30. Ab geht's. Uhuhu. Vielleicht jetzt mal alle in einem Zug. Stampfattacke. Aber es ist halt vor allem ungewohnt wegen der Steuerung, ne? Ich fasse ja die Remote normalerweise nicht an. Deswegen habe ich gemeint, dass ich es vielleicht nicht mehr so drauf habe. Da oben rechts, äh, links. Ist niemand, oder? Ich kann schon nicht mehr die Richtungen unterscheiden. Ich Idiot. Du bist auch ein Gegner, ne? Ja, klar. Wat denn sonst? Deko ist der nicht. Nanananana. Why? Man könnte ja meinen, dass er Deko ist. Hier schließe ich alles aus Stock. Ja, aber dann wäre ich auch nur Deko. Huhu. Und das, das will ich nicht. Ich will die Hauptattraktion sein. Na komm her. Und du gehst auch weg. Wie viele noch mal 20? Oh Gott, ich habe erst die Hälfte. Tschüss. Ey, ich sag dir Tschüssi. Ja, man muss auch darauf achten, dass man das halt alles miteinander kombiniert. Also zum Beispiel, wenn man einen Gegner hat, dass man den dann gleich gegen den anderen schmeißt. Oder wenn man mal einen Gegner mit einer Lanze hat. Hier zum Beispiel, dass man sich die Lanze krallt und dann gleich mehrere Gegner auf einmal tötet. Und dann kommt man zu diesem tollen Ergebnis hier. Schön, oder? Ja, mach mal weiter. Weil ich weiß noch, dass mir diese Weltraumwelt nicht so hundertprozentig zugesagt hat. Und ich flüchte mich jetzt in die Minispiele. Die ich jetzt zwar auch nicht total abfeiere, aber die, ja, doch cooler sind. Wenn sie nicht so, ähm, nervig sind wie das mit Huckepaula. Pyramidenwüste, besiege 10 Gegner in 1,30. Gerne doch. Der Schwierigkeitsgrad steigt und steigt. Aber, das sind jetzt auch nur zwei Sterne, sollten wir also locker hinbekommen. Hallo, Mumie. Oh. Okay. Ah, da muss ich da hoch und mich möglichst nicht treffen lassen. Gut, das hat hingehauen. Wunderbar. Aber dieses Ding kann ich nicht besiegen, oder? Die Perlen kann ich ruhig verlieren. Das ist mir alles total egal. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass die Zeit nicht vorüber geht. Doch, ich kann das besiegen. Oh. Das heißt, wenn ich jetzt mit diesem Gegner nicht getroffen hätte, hätte ich ein riesiges Problem gehabt. Ich muss da runter, schnell. Das Gleiche gilt jetzt noch mal. Erstmal muss ich da hoch. Aua. Ja gut, äh, der stirbt auch durch Berührung. Na schön. Dann ist das alles ja doch etwas einfacher, als ich angenommen hatte. Dann berühren wir ihn ganz einfach und die Sache hat sich. Ich nehme Schaden, aber er stirbt. schon ein wenig lustig. Das ist eigentlich total schlecht. Aber okay. Gib mir meinen Preis und stell mir die nächste Aufgabe. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Boah, was man da alles so bekommt, ne? So viele verschiedene Muster und Farben und Variationen. Diese Entwickler hatten schon wirklich eine unendliche Fantasie. Das Pilzfeld besiege 15 Gegner in 2,30. Myaa. Myaa. Deswegen, weil das wahrscheinlich etwas länger dauern wird. Ich meine, man bekommt ja nicht umsonst 2,30. Und das Pilzfeld war so ein riesiges Areal. Da habe ich jetzt eigentlich schon überhaupt kein Bock drauf. Aber es muss sein. Erstmal der Quallengegner hier. Bam. Das ist die Nummer 1. So, wir brauchen die Perlen ja immer noch, um ja, Stoff zu kaufen und so. Also, wenn ich was sehe, nehme ich es mit. Aber ich werde mir jetzt hier kein Bein ausreißen dafür. Boah, stellt euch vor, ich feile bei der Mission. Das, das wäre katastrophal. Das würde so viel Zeit verschwenden. Ach, wusste ich doch, dass da drin noch einer sein könnte. Boah, ist das fies. Weil wenn du die Gegner umbringst, dann kannst du das ja nicht mehr aufmachen. Ah, Treffer. Ah, ja, genau. Diese Fliege oder was das da ist, die teilt sich ja auf. Und so kann man dann die Gegner noch leichter treffen. Schöne Sache, oder? Ich finde das eine schöne Sache. Schnappen wir uns die scheiß Qualle. Nein! Die hat mich vollgekackt! Was soll denn das? Kann der manieren, oder wie? Na gut. Wir haben 6 von 15. Das ist okay. Da drüben habe ich eben noch diese Schnecke gesehen. Die schnapp ich mir. Und da ist auch wieder eine Fliege. Biene, Mücke, whatever. Die sich aufteilen kann. Und deshalb mein großer Freund ist. Töte mal bitte hier die ganzen Asis. Ey, tatsächlich, die hat alle drei getötet. Also den unter mir wollte sie töten. Ich war schneller, aber sie hätte es getan. Ganz die Harte. Hier ist das Ziel, oder was? Mir fehlen noch 4 Stück. Leider bin ich jetzt runtergefallen, ohne es zu wollen. Ich kann mich leider auch überhaupt nicht bewegen. 50 Sekunden noch. Oh, ah nee, da oben sind noch 2 Stück. Halt, 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 halt. Geh da hoch jetzt. Also noch mehr. Was ist denn hier los? Gut, ich habe jetzt einen übersehen. Verflixt. Wo? Wo? Ich habe 30 Sekunden, um den Schuft zu finden. Er wird doch nicht hier sein, oder? Nee. Nein, Quatsch. Ich schätze, auf der rechten Seite irgendwo. Weil da war ich nicht so gründlich wie bei der linken. Na? Ja, da. Ich sehe ihn schon, den Assi. Stirb. Na los! Geht doch. Huh! Wir haben fast die ganze Zeit benötigt. Aber das Wichtigste ist, dass man es geschafft hat, ne? Ja, machen wir einfach weiter. Die Minispiele müssen wir so oder so machen. Zählen ja zu den 100% dazu. Aber wir haben jetzt ungefähr so 71, 72% des Spiels durch. Also wir können uns schon gewaltig cool fühlen. Sind wir ja auch, ja? Dorf der Musik. Musik jetzt hier in Gegnern 40 Sets. Ja, doch, doch. Ich muss schon sagen, die Aufgaben, die tendenziell schneller gehen, finde ich einfach cooler. Gib mal her, deine Lanze da. Wobei, ich kann jetzt doch nichts damit anfangen. Und ich muss die Viecher ja auch nicht immer aufwickeln. Es reicht ja meistens auch, wenn ich sie einfach nur, ähm, ja, in ihre Einzelteile zerlege halt. Oh! Fail! Da hinten war trotzdem einer. Schön, schön. Über mir, über mir, über mir. Na? Jetzt wird es doch ein bisschen knapp langsam. 14 Sekunden. 12, 10. Hier ist der eine. Und der letzte ist da drüben. Das schafft man, das schafft man. Ansonsten bin ich ein Dulli. Okay. Yes! Weiter, weiter, immer weiter. Diese Texte da unten immer, ne? Nervt mich. Die sagen eh immer das Gleiche. Die meisten Stoffe sind nicht mal schön. Orangen Limonade. Das sah überhaupt nicht nach Orangen Limonade aus. Aber gut. Wie viele Missionen hast du noch für mich? Bisicke 15 Gegner in 1,30. Weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wirklich große Lust auf die Weltraumwelt habe ich jetzt nicht. Also ich hätte nix dagegen, wenn wir den ganzen Partner Minigames machen. Aber okay. Vielleicht hate ich die Weltraumwelt ja auch umsonst. So schlimm war sie nicht. Aber trotzdem, die anderen waren cooler. Und da es, äh, ja, ein oder zwei Level waren, die wir gemacht haben und die haben mir nicht gefallen, habe ich halt schon ein bisschen Angst. Das muss man auch nachvollziehen können. Autsch! Diese ganzen Super Saiyajins, die regen auf, äh. Fühlen sich so richtig geil. Das muss aber nicht. Boah, hab ich nice gecomboet und dann sowas. Ups. Na gut. Komm her. Teilen sich diese Viecher nicht auch auf? Ja. Also sollte man die Fledermäuse eigentlich gar nicht so lame killen, sondern lieber zum Killen verwenden. Versteht ihr? Oh, das war gemein. Den habe ich gar nicht gesehen. Böses Spiel. So, hier hatte man jetzt aber deutlich zu viel Zeit. 23 Sekunden übrig gehabt. War gar nicht notwendig. Aber okay. Na komm, lass rüberwachsen hier. Was ist das denn? Dann, dann. Aha. Okay. Boah. 25 in 45 Seeks. Das ist, äh, viel. Schöner Dino. Hilfst du mir? Oh. Na ja, nach Hilfe sieht das jetzt nicht so aus. Ja, mehr oder weniger, ne? Aber die ganze Geschichte ist einfacher, als ich... Ups! gedacht hatte, meinte ich zumindest gerade. Man darf nicht ins Wasser fallen. Man muss die ganzen Mücken... ...graben und dann halt dahin schmeißen, wo die meisten Gegner sind. Weil die suchen sich ja ihr Ziel. Die sind wie Red Shells. So gesehen. Aus Mario Kart. Schaut's aus. Okay, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Krieg mal locker hin, du! Nach 17 Sekunden übrig gehabt. Passt. Ein bisschen Planschen noch. Wie so ein kleiner Delfin. Und das passt ja, ne? Gibt ja eine Delfin-Verwandlung. Mit der würde ich gerne wieder spielen. Hoffentlich kommt da noch ein Level. Die mag ich. Das sieht auch nicht so schlecht aus. Flanellphönix. Klingt auch geil. Boah, was die sich alle für Minigames ausgedacht hatten. Plätscher-Strand. 15 Gegner in 40 CX. Ja, ich hab Zeit. Tut euch keinen Zwang an. Gibt mir mehr davon. Das ist jetzt alles geförst, try it. Nice. Schlechter Beginn. Ja, sehr schlechter Beginn. Weil wenn er... Oh, hätte ich die Lanze gehabt, hätte ich die alle ganz schnell wegfetzen können. Genau dazwischen. Ist das dein Ernst oder wat? Oh man. Ich glaub, das könnte ich verkacken. Hoffentlich war da jetzt niemand mehr. Die war lieb, oder? Oh oh. Das schaffen wir niemals. Ne. Das hab ich verschissen. Ja. Aber kräftig, du. Aber kräftig. Schaut euch das mal an hier. Ich hätte dich alle noch töten müssen. Joa, das war ein Pfeil. Ein derber Pfeil. Also gut. Weiß ich Bescheid. Man darf sich halt nie cool fühlen. Sonst sagt das Spiel, jetzt geb ich dir ne richtig krasse Aufgabe. Und stell dich bloß. Bäm. Also ganz wichtig, die Lanze brauch ich. Dann muss ich diese Lappen alle wegfetzen, den mitnehmen. Zangen auch schnell weg. Und runter, runter, runter. So wie ich es vorhin gemacht habe, mit der Stampfattacke. Oh, kostet das wieder Zeit, dass der blöde Kack hier mir den Weg versperrt hat. Oh, ist das dein Ernst gerade? Jetzt wird es schon wieder nix. Und dann kommt mir noch das Wasser dazwischen. Hey, WTF? Wie sollst du das so schnell machen? Hm? Das check ich gerade ja mal gar nicht. Wie soll das gehen so schnell? Alter. Okay. Da kann man diese Affen irgendwie mit einem Schlag wegfetzen? Ja, selbst wenn es kostet, dann spart man auch nicht so viel Zeit ein. Okay. Da habe ich mein Möglichstes getan, finde ich. Und jetzt am besten da oben drüber. Und da, genau, wenn das Wasser weg ist. Weil dann ist man halt schneller. Muss man hier einen Attentat begehen? Ja, gib mir doch den Assi! Hallo! Boah, ist das Spielscheiße. Ach, es zählt noch? Hä? Eigentlich ist die Zeit abgelaufen gewesen, aber... Oder nicht? Dann nicht. Boah, das war jetzt schon übel. Also wenn die nachfolgenden Aufgaben auch so krass sind, dann werde ich jetzt tatsächlich unter Druck gesetzt und flüchte dann doch noch in die Weltraumwelt. Nee, ohne Spaß. Ich glaube... Na komm, wir können jetzt hier keinen reinen Minispiel-Part machen. Wir machen weiter mit dem nächsten Level. Und das wäre Stromhausen. Okay. Das sieht sehr technisch aus. Könnte glattes Innere meines PCs sein. Und eine Retro-Musik hören wir hier. Also zumindest kommt es so rüber. Die hat Style. Ah, shit. Jetzt ist es nicht mehr egal, wie viele Perlen wir haben. Ne? Ihr erinnert euch. Wir brauchen überall eine Goldmedaille. Aha. Und hier ist gleich der erste Schatz. Und das ist eine Digitaluhr. Von dieser Uhr kann man die Zeit auch ablesen, wenn das Licht aus ist. Oh, Innovation pur. Krass. So was hatte ich noch nicht. Damit kann man ja reich werden. Au. Was soll die Sch... Mist. Ich brauch die Perlen. Ich brauch die Perlen, schnell. Niii. Okay. Ah, komm, komm, komm. Ja, genau. Genau, Spiel. Ja, ist klar. Genau. Ich hätte die Digitaluhr nicht dissen sollen. Ich sag euch. Das hat dem Spiel nicht gefallen. Schon ich hatte die Entwickler nie als Kind eine Digitaluhr, weil, ja, ist klar. Die gab es damals halt noch nicht. Nehme ich mal an. Weiß ja nicht, wie alt die Typen sind. Oh. Ich könnte doch tatsächlich diesen Stern hier gebrauchen. Wartet. Ich hab extra... Ich hab extra geschaut, ob der jetzt angreift oder nicht. Und ich dachte, ne, er macht nix. Und er dachte sich, ach doch. Mach ich mal. So, könnten wir jetzt ein bisschen mehr Skill an den Tag legen, please? Danke. Wäre schon ganz förderlich. Man kann sich ja nicht von jedem Hindernis hier treffen lassen. Was ist das? Ein Laufband. Ich muss da hoch. Ja, und wie? Was ist das hier? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin etwas verwirrt. Was? Ach so! Ach, da war irgendwie so ein, keine Ahnung, Kabel. Und das ist... Ach, das ist eine Steckdose. Na, macht Sinn. Macht Sinn. Stromhausen. Steckdose. Stromkabel. Okay. Okay. Es macht Klick. Na schön. Aber sowas hatten wir halt bislang noch nicht. Das ist wieder eine neue Idee der Entwickler. Eine ganz, ganz krasse Idee. Hey, Sternchen, komm her. Brauche ich den Lappen noch? Für irgendwas? Ich glaube, nein. Aber ich muss zu dem Schatz hin. Was nicht so leicht zu sein scheint. Ah, doch. Hier. Wupp. Es ist die CD. Diese Musik läuft in Stromhausen. Ja, die finde ich irgendwie cool. Aber... Bezüglich der Musik habe ich die Entwickler ja schon oft gelobt. Da sind sie schon wirklich... ganz, ganz cool, du. Wir müssen da runter. Ja. Denn... Es gibt... hier wieder eine Steckdose. Allerdings... auch ein kleines Labyrinth. Hä, wieso komme ich da nicht rein? Okay. Hä? Wie kann ich denn das Stromkabel da rausholen? Muss ich es einfach rausziehen? Moment. Moment, Moment. Ah, alles klar. Und jetzt? Jetzt kann ich auch hier anfangen, oder? Genau. Schön. Weiter, weiter, weiter. Und hier hoch. Ja, perfekt. Wie komme ich eigentlich an diesen Stern ran? Ist hier noch irgendwas? Mhm. Ja gut. Jetzt ist aber... Ah, vermaledei. Das hätte ich zuerst in die andere Steckdose reintun müssen. Weil... jetzt komme ich hier leider nicht mehr... ...komme ich da leider nicht mehr ran. Na ja, ist halt so wild. Ich denke, wir werden noch genug Perlen finden. Und wenn ich mich nicht tausendmal treffen lasse, so wie vorhin, dann... ...geht jetzt schon klar. Boah, komm schon. Ich... Ich will da rüber, Mann. Hallo! Spiel! Verarsch mich nicht. Äh... Ja, gut. Da komme ich jetzt trotzdem. Ich brauche das Ding. Für die Punkte. Ich brauche das Teil. Auf jeden Fall. Keine Diskussion. Das muss perfekt getimt werden. Und zwar... Jetzt. Ja. Gar nicht mal so leicht. Muss man sagen. Gar nicht mal so leicht. Ich hoffe nur, ich habe das Timing noch drauf. Beim Ziel. Das wird auch nicht ohne sein. Bevor wir weitergehen, sollte ich eventuell... ...hier wieder... Hä? Achso. Andere... Ja, gut. Hätte mir eigentlich auch einleuchten können. Natürlich die andere Seite. Bin ich eigentlich blöde? Das war halt schwach. Ich erkläre das mal wieder folgendermaßen. Ich bin kein Physik-Experte. Das hat jetzt zwar gerade nicht viel damit zu tun, aber... Ich brauche halt irgendeine Ausrede. Logisch, ne? Ich glaube, hier befindet sich der letzte Schatz. Jep. Dann haben wir das schon mal alles beisammen. Ein Schaltkreisteppich. Gefällt dir die Vorstellung, in einem Computer zu leben? Dann ist das dein Teppich. Na ja. Ehrlich gesagt... ...möchte ich nicht in einem Computer leben. Nein. Und ich empfehle das auch allen Spinnen dieser Welt. Sich von meinem Computer fernzuhalten. Das könnte sonst schmerzhaft enden. Jetzt dürfte bald das Ziel kommen. Eventuell bin ich gar nicht... Ja, genau. Bin ich gar nicht auf die... ...auf diese Spielchen da am Ziel drauf angewiesen. Weil wir haben nämlich schon die Goldmedaille. Außer ich verspiele sie noch. Neeeee. Nein. Alles gut. So. Kriege ich es noch hin? Ich glaube, man muss da einfach springen, wenn das Gedöns ganz oben ist. Jupp. Oh, wobei. Vielleicht zu viel Schwung. Nein. Passt. Juchu. Lalalalalala. Ja, hat doch gut geklappt. War sogar ein sehr lustiger Part, oder? Bisschen Skill. Bisschen Blödheit. Perfekt. Weiter geht's das nächste Mal. Hier bei Kirby's Epic Yarn. Du 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 du. Bisschen Dash. Raimpfung. �r Williams. Bistchen. 福.